Schloss Romantik pur erleben Sie im Restaurant Schloss Naudersberg. Das Gebäude wurde im 12. Jahrhundert erbaut und befindet sich nahe dem Ort Nauders. Heute ist es ein beliebtes Ausflugs- sowie Urlaubsziel unter der Leitung von Karin und Martin Laurent. Die beiden führen Sie auf Wunsch gerne durch das jahrhundertealte Gemäuer und zeigen Ihnen dessen Verlies mit Folterkammer. Zum Schloss gehören ein Museum, zwei modern ausgestattete Urlaubsapartements sowie ein gemütliches Restaurant mit Fürsten, Ritter und Schankstube. Dort erwarten Sie neben ausgezeichneten Speisen aus gutbürgerlicher Küche auch delikate Weine. Auf Anfrage organisieren die Mitarbeiter außerdem ein unterhaltsames Ritteressen. Darüber hinaus können Sie hier diverse private Feiern veranstalten. Sie möchten ins mittelalterliche Burkleben eintauchen und dessen faszinierendes Flair Haudner spüren? Dann werden Sie vom Restaurant Schloss Naudersberg begeistert sein.